Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin wieder Euroniming-Wanz und ich heiße euch heute alle wieder zu willkommen zu dieser einzelnen Runde der Freundschaftseroberung. Heute wollen wir uns diese Versorgung mal einzeln mal gucken, was die so auf dem Kasten hat. Ja, wir kämpfen heute gegen Urheko, den gefräßigen Junge, 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 das ist ein fetter O-Look. Gegen Skow Stahlbart, Satra, den Albtraum. Durch den grimmigen, ein grimmiger Turmverschnitt. Cool. Sieht cool aus. Jetzt haben wir noch Naruk, den Ghul-Freund. Ja. Haben wir noch Nakra, den freundlichen. Und Gubu, den Ohrensammler. Aber wir wollen auch direkt loslegen, ohne weitere Umschweife, ne? So. Eine Festung. Für euch, meine Lieben, und für mich. Stimmte denn. Na? So. Mal gucken. Wer sich uns hier entgegenstellt oder entgegenstellen möchte, ne? So. Haben wir einmal Lorne, den Antreiber, noch einen Turmverschnitt. Cool. Sieht mal echt krass aus. Sieht aus wie aus Mad Max. Ein bisschen der Kollege. So. Asla, der Schmerzlose. So. Wir noch einen Turmverschnitt. Krumm, den Herzfresser. Skag, den Schnitter. Suko Eisenarm. Coolen Eisenarmverschnitt, der tatsächlich zur Pest geworden ist. Oder... Ja, oder müsste eigentlich so passen. Ne, Quatsch. Das ist... Ach, ne, warte mal. Das ist ein Pestverschnitt, der zum Eisenarmen wurde. Auch cool. Krimp, der Poet. Nice. Mal noch. Torz-Zunder. Puck, die Ausgeburt. Auch teilweise echt ein paar Starke dabei. Mal sehen, wie das läuft. Krumm, die Spinnenbrut. Und denke ich, kann man auch direkt angreifen. Let's go. So. Geil. Meine Fräse. Hört doch mal auf, ihr... Wollt schon ein paar Schimpfwörter raushauen. Pass auf, spürst du das, Arschloch? Sorg' immer für ein bisschen Verstärkung hier. Autsch. Prügelt ihn die Sche... Wartet mal kurz, ich muss mal kurz echt was ändern. Weil das geht mir ein bisschen auf den Sack, so langsam. Das bringt mir hier gar nichts. Das empolge ich mir ein Todes-Troll. Ei. Okay. Das war sehr viel gesagt. Tötet sie. Tötet sie. Na los, zaudert nicht. Macht sie nieder. Ich hoffe, diese verfluchte Waffe kann dich endlich erledigen. Ich hatte genug Ärger, damit sie in die Finger zu kriegen. Okay. Nee. Mich wirst du damit nicht kriegen. Ich fühl's nicht. Ich fühl's nicht. Ich fühl es nicht. Pass mal auf. Wie sieht's damit aus? Erobert die Festung hier. Das ist schön. Ich fühl's nicht. Ich fühl's nicht. Ich fühl's nicht. Ihr werdet hier stört. Ich klage dich wieder. Nehmt sie auseinander. Na los. Tötet sie, wenn sie euch den Rücken zukehren. Hi. Der ist nicht ganz dicht. Sieht aber krass aus. Ich wollte später noch essen, aber der bei dem Zeitpunkt liegt, der vergeht mir gehörig. Der Appetit, da muss ich ja was kotzen. So. Boah, Alter, was bist denn du für ne hässliche Missit? unfassbar schlimmer geht es gar nicht mehr wirklich den seinem körper habe ich jetzt von seinem scheiß hässlichen schädel erlöst endlich genau tötet sie die beste Du hast keinen Hunger! Hilfe! Ich bin abworden! Gib den alles! Ich bin abworden! Ich bin abworden! Yo, was geht ab?! Junge grad gedacht Akaios wird gekillt so herrgert sich das vorsicht gerade der nächste tod sehr gut genauso sieht es aus lasst nicht bloß nicht locker yo steh ab du schwein hat was frisst er eigentlich so geloch hat er jetzt gefresse durch die verteidigung na los hier am abend als maul halt dein maul du möchte gern goethe ich hoffe ihr habt die tür eingeschlagen ja so geht es natürlich auch die jungs sind gerade gut unterwegs scheiße wo ist der und das war der war mal gefangen cool schon über sein was eine schlacht wie geil so macht es spaß lebt hier noch was schnappt euch das gesocks ich fluch und ich fluch und ich fluch noch mehr als du dir vorstellen kannst mein freund gerade der nächste tot lasst mich zu ihm durch damit ich ihn retten kann sauhund mensch jetzt keine haste ist der letzte der jedoch steht junge junge geb ihm saures schlacht so endet es krieger gegen krieger ich bin es leid da brauchst du dich nicht weiter zu grämen dein kram hat nun ein ende schlacht nicht übel gar nicht übel hat spaß gemacht jetzt bist du fällig mein freund hier drin das glaubst du aber scheint hat grad so amused zu sein das ist ein ordentliches riesen viel ich bin ein kämpfer der oloch was bist du dein henker ich bin dein henker ah ja geil dass man dem mal so kurz unter den rock gucken konnte aber pfff ah das schlecht das letzte hat er auch an ich finde das so genial hat hab was zum hab was zum spielen dabei oh oh hier ist viel mit fluch unterwegs vorsicht vorsicht es brennt naja du speckschwarte du wirst die flammen spüren und sie sie erladen sich an dir ok äh tötet den schwein und hier töt ihn und hör auf rum zu jammern kollateralschäden mein freund wo ist er mal kurz ein bisschen zündeln mal kurz ein bisschen zündeln mal kurz ein bisschen zündeln stirb verdammt äh stirb verdammt nochmal nein und nochmal runter äh schlag fest drauf hier schnell leute komm oh kacke na klasse jetzt hat er mich erwischt jetzt hat er mich erwischt hey willst du abhauen oder was was also scheiße oder ebenso ja so kann man es natürlich auch machen geil sehr gut hey was du bleib doch tot du fetter sack es gibt noch so viel zu essen tja du bist jetzt so hast dich einmal dem Tod widersetzt das passiert kein zweites Mal dafür sorge ich und die Fressluke wird auch abgehackt meine herrn aber sehr sehr geil meine lieben ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr lasst ein like Bewertungen ab oder oder erzählen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal bis dahin haut da rein bleibt dabei ist gut eure lemming manse bis zum nächsten mal und ciao